Das Abenteuer um den Schatz der Tempelritter geht weiter. Nein! Erneut stehen unsere vier Freunde der schwarzen Bruderschaft gegenüber. Die Polizei und die Bruderschaft sind hinter uns her. Wir sind nirgends sicher. Doch entschlossen folgen vier, Matthias, Nis und Kathrine allen Spuren. Und geraten dabei in Teufelsküche. Kathrine! Renn weg! Lass ihn los! Sie reisen in die Vergangenheit und versuchen das Geheimnis, um den Großmeister aufzuklären. Kathrine! Für alle Tempel, Erika! Fantastisch! Folgt den Kindern bei ihrer turbulenten Suche. Der verlorene Schatz der Tempelritter 2 Bye!